Mich haben seit meiner Gymnasialzeit weltanschauliche Konflikte interessiert. Vielleicht auch vor dem Hintergrund meines Vaters, der zwei Weltkriege mitgemacht hat. Mein Fokus kam immer mehr auf den Streit zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, schon auch noch ohne den Blick auf Weltanschauungen, Ideologien zu verlieren. Ich habe auch schon immer wieder in der Angst gelebt, mich zu verrennen, weil ich habe ja in meinem Freundeskreis offensichtlich verrannte Freunde gehabt. Und ich hatte Angst, dass mir das auch passiert und habe lange in dieser Angst gelebt. Und ich bin durch Zufall dann auf ethologische Literatur gestoßen, unter anderem Conrad Lorenz, Wolfgang Wickler, Eibl Eibelsfeld, die Bücher habe ich gelesen. Und da habe ich ungefähr vor 45 bis 50 Jahren zu lesen begonnen, ohne jemals zu ahnen, dass das mein Leben bestimmen wird. Wirklich fokussiert habe ich die Ethologie immer mehr erst, wie ich schon ziemlich fortgeschritten im Medizinstudium war. Und ich dachte zuerst, ja, mein Gott, es gibt Ärzte, sie sind Kunsthistoriker und ich bin halt der Arzt, der kennt sich ein bisschen mit der Ethologie aus. Und dann kam immer mehr der Fokus auf die Psychiatrie. Und ich habe immer mehr bemerkt, dass es eine fruchtbare Überlappung gibt. Und auf diese fruchtbaren Überlappungen bezieht sich mein Buch. Und mein Buch hat ein Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich von sechs stammesgeschichtlichen Rekonstruktionen in Bezug auf die Evolution der Wirbeltiere. Bei der ersten Rekonstruktion geht es um Bindung, Liebe, Freundlichkeit und ihre evolutionären Wurzeln in der Brutpflege. Das ist sozusagen der Fokus von mir überhaupt, die evolutionären Wurzeln von allen Verhaltensbereichen. Das heutige Thema hat Bedeutung für jegliche Lebenszufriedenheit, für psychische Stabilität oder Resilienz. Die Grundlage für diese evolutionär fundierte Theorie der Psychologie geht auf Darwin zurück, mit diesem Zitat 1859. Die Psychologie wird sich mit Sicherheit auf den wohlbegründeten Satz stützen, dass jedes Vermögen und jede Fähigkeit des Geistes nur stufenweise erworben werden kann. Darwin wusste natürlich über den stufenweisen Erwerb aus der vergleichenden Anatomie und Paläontologie, also auch von Versteinerungen. Und er hat offensichtlich genug Tierbeobachtungen getätigt, dass er diesen wegweisenden Satz schon machen konnte. Bei dem jetzigen Thema beginne ich mit Säugetieren, Halbaffen und Tieraffen, Menschenaffen, Homo erectus und Homo sapiens. Und die Legende grün-gelb ergibt sich durch emotionale und kognitive Aspekte. Übrigens ist Darwin auf beide Aspekte schon ausführlich eingegangen. Ich beginne mit der ersten Stufe, obwohl eine alte Säugetiermerkmal natürlich für Homo sapiens immer noch wichtig ist. Ich verwende primär mal die verhaltensbiologischen, tierethologischen Begriffe, bitte sich nicht daran zu stoßen. Aber wir gehen erst den Stammbaum hoch. Das Kuscheln ist ursprünglich entstanden, um das Junge zu wärmen. Natürlich muss es bei Brutpflege eine Familienbindung geben. Damit ist die individuelle Bindung, das Erkennen von Mutter und Kind, dass die einander sich erkennen, in die Welt gekommen. Die Interaktion zwischen Mutter und Kind wird durch Stimmungsübertragung gesteuert. Wenn das Jungtier in Not ist, geratet die Mutter auch emotionell in Not. Und das Muttertier kann zwischen eigener und kindlicher Not nicht unterscheiden. Es muss die Not des Jungtieres lindern. Diese färbigen Begriffe, vor allem das Kuscheln und die Familienbindung, hat dann weitreichende Konsequenzen auch für erwachsene oder für adulte Tiere. Seitens der Menscheneltern ist die verlässliche, feinfühlige Liebe wichtig. Verlässlich deshalb, das Kind ist ja erfahrungslos auf die Welt gekommen und muss durch verlässliche Rückmeldungen die Mutter vorhersagen lernen. Und diese Mutter wirklich vorhersagen zu lernen, kann es nur, wenn die Mutter verlässlich reagiert und wenn die Mutter feinfühlig reagiert. Ein Kind kann schon mit wenigen Monaten schon auf zu viel Zuwendung mit Überdruss reagieren und da braucht es eine feinfühlige Mutter, die nicht gekränkt ist, sondern auf den Überdruss reagiert. Das Kind braucht die Erfahrung, liebenswert zu sein. Es muss die Erfahrung machen, die Mutter genießt das Kuscheln und diese Liebe mit dem Kind. Diese Erfahrung ist alimentativ. Das ist ein Begriff eigentlich aus den Ernährungswissenschaften, aber es ist für das Überleben des Kindes gleich wichtig wie die normale gesunde Ernährung mit Spurenelementen meinetwegen. Ich greife jetzt viele Stufen voraus. Es ist dann auch die emotionelle Grundlage für die sich viel später entwickelnde Selbstwertstreben. Also das Selbstwertstreben basiert natürlich auf Kompetenz und so weiter, aber das ist die emotionelle Basis. Wenn jemand diese Basis nicht hat, ist später erworbener Selbstwert auf dünnem Eis, auf dünnem Boden gebaut. Jetzt komme ich zur nächsten Stufe, wo ich eben die Bedeutung vor allem von Kuscheln und Familienbindung noch ein bisschen tierethologisch verdeutliche zwischen adulten, erwachsenen Tieren. Das sind Spitzhörnchen oder Tupias, sind im Urwald Südostasiens beheimatet. Den Primaten stehen sie schon sehr nahe. Sie haben schon diese eigenartigen Ohren, die auch wir haben. Und harmonische Paare kann man in menschlicher Obhut gut untersuchen. Die küssen sich 40 Minuten täglich. Es gibt auch weniger harmonische, die sich weniger küssen. Aber wie ist der Kuss in die Welt gekommen? Der Kuss ist übrigens nicht mit unserem abstammungsähnlich. Er ist mehrmals unabhängig entstanden. Wir sehen hier unten das küssende Paar. Oben im Schwarz-Weiß-Bild ist die Geburt noch in Gang. Ein Jungtier hängt noch an der Nabelschnur und ein früher geborenes Leck den Speichel der Mutter. Und dieses Speichellecken hat dann offensichtlich kommunikative Bedeutung bekommen, wie auch unser Kuss die Wurzel in der Brutpflege hat und dann zwischen Adulten kommunikative Bedeutung bekommen hat. Diese Elemente aus dem Brutpflegeverhalten, aus der Körperpflege, gibt es vielfältige Beispiele. Das sind braune Lemuren aus Madagaskar. Das ist eine eigene Aufnahme, die sich wahrscheinlich sozial motiviert. Die Ohren reinigen gegenseitig. Es könnten zwei Weibchen sein. Damit sind wir schon bei der nächsten Stufe angekommen, beim Sozialverhalten mit einer individualisierten Gruppenbindung. Die Gruppenmitglieder erkennen sich individuell. Soziale Gruppen haben immer auch Rangstreitigkeiten. Man streitet um, selbst in den besten Familien wird manchmal um Leckerbissen, zumindest zwischen den Kindern gestritten. Dann gibt es Streit und der gefährdet den Gruppenzusammenhalt. Und soziale Gruppen haben viele Vorteile, Feindvermeidung, Verteidigung von Territorien und so weiter. Und dann müssen sie sich versöhnen. Also dieses Versöhnen tritt schon auf der Ebene der Tierarfen auf. Und zum Versöhnen werden durchaus auch Verhaltensweisen eingesetzt, die dem Kuscheln ähnlich sind. Und jetzt machen wir einen ganz großen Schritt. Wir kommen zu den Menschenaffen. Die sind schon empathiefähig und können zwischen den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer unterscheiden. Ich habe jetzt bei diesem Tier noch unten neben Mitleid in der ersten Stufe Stimmungsübertragung hineingeschwindelt. Stimmungsübertragung, da ist bei Sender und Empfänger die gleiche Stimmung. Das kennen wir alle, wenn wir uns von traurig oder heiterer Stimmung einer Gruppe anstecken lassen. Bei der Empathie ist es sogar essentiell und notwendig, dass ich die eigenen Gefühle von denen anderer unterscheide. Sonst kann ich nicht dem Leidenden zum Beispiel helfen. Stellen Sie sich vor, eine Krankenschwester oder Arzt kriegt das Leid von sterbenden Patienten voll mit. Und die wären unfähig, dem noch eine Pflegehandlung zugutekommen zu lassen. Aber dem liegt eine Ich-Du-Unterscheidung zugrunde. Alle empathiefähigen Wesen, also Kinder ab 18 Monaten, etwa mit zwei Jahren oder auch Menschenaffen, die zu empathiefähig sind, erkennen sich im Spiegel. Diese Ich-Du-Unterscheidung jetzt in Bezug auf das Selbstbezogen ist im Englischen Sprache prägnanter, logischer, im Deutschen ein bisschen mir und mich nicht so präzis. Das I ist das körperliche Ich und das Mi ist das mentalisierte, das gedachte Ich. Das Mi ist auch das Mi, das ich im Spiegel erkenne. Empathische Wesen können die Empathie pro und antisozial nützen. Pro sozial, ein Beispiel von Jane Goodall, eine lebensbedrohlich verletzte Schimpansenmutter wurde von der erwachsenen Tochter gefüttert. Das ist Empathie. Antisoziale Empathie wäre Schadenfreude. Schimpansen sind dann auch schon in der Lage, sich zu trösten. Und wie das Schimpansenbeispiel mit Mutter und Tochter zeigt, ist schon ein Hauch von Fürsorglichkeit da. Interessant ist, dass mit I und Mi eine Spaltung in Leib und Seele stattgefunden hat. Eine Spaltung in Körper und Geist. Das körperliche Ich ist das I und das geistige mentalisierte Ich das Mi. Und das ist das Spaltbild, der die Fakultäten gespalten hat. Die Naturwissenschaften sind die Körperwissenschaften und die Geisteswissenschaften sind die Seelenwissenschaften geworden. Oft wird die Spaltung Dekar zugeschrieben. Die Spaltung beginnt aus ethologischer Sicht auf der Stufe der Menschenaffen. Ich komme jetzt zur nächsten Stufe, zu Homo erectus. Hier war die Entwicklungspsychologie hilfreich, nämlich der Wechsel, der beim vierjährigen Kind eintritt, Schritte vom Homo erectus zu rekonstruieren. Und zwar ein wichtiger Punkt war die Evolution der Amphronesis, auf Englisch Theory of Mind. Die wissen bereits vierjährige Kinder oder höchstwahrscheinlich auch Homo erectus, was andere wissen können und was sie nicht wissen können. Sobald ich weiß, was andere von mir wissen, habe ich entweder einen Mitteilungsdruck und zeige auf etwas hin oder zeige durch Blicke etwas an oder entwickle eine Wortsprache. Wir sind die einzigen Primaten, die den Zeigefinger strecken können. Wir haben einen eigenen Muskel, um den zu strecken. Und wir sind die einzigen Primaten, die durchgängig weiße Bindehaut haben, um die Blickrichtung besser anzeigen zu können. Wenn ich weiß, was andere wissen, dann werde ich wahrscheinlich auch Anerkennungsstreben entwickeln, das dann eine Folge von weiteren Entwicklungen in Richtung Humanisation, Menschenwerdung ermöglicht hat. Auf jeden Fall, Folge des Anerkennungsstrebens ist auch, wenn ich gepatzt habe, dass ich Scham entwickle. Und Folge von Amphronesis ist auch, wenn ich gepatzt habe, dass ich mich entschuldige, um sozusagen nicht restlos die Anerkennung zu verlieren. Und auch Folge ist dann das Verzeihen und auch das Sorgen sind alles Leistungen, die wir dieser Amphronesis verdanken. Der Homo erectus dürfte wahrscheinlich schon vorher verwendet haben. Mit Homo erectus beginnt aufgrund der Feuerverwendung die Rückbildung des Gebisses und des immer kleiner werdenden Verdauungstraktes, weil wir dann nicht mehr so lange kauen müssen. Man hat archäologisch auch wahrscheinlich Feuerstellen hypothetisch von Homo erectus gefunden. Wieder für die, die sich weiter einlesen wollen in die Definition des Begriffes, da gibt es den Fals-Belief-Test. Und ich habe schon erwähnt, Scham ist die Hüterin der Würde. Der letzte Schritt ist möglicherweise kein großer qualitativschritt mehr zu Homo erectus. Also Homo ist bei Homo erectus sicher zu Recht schon zugeordnet. Möglicherweise sind jetzt die oben erwähnten Begriffe einfach quantitative Weiterentwicklungen der Amphronesis. Die Reflexion und auch Metareflexion, wenn ich über Reflexion reflektiere, ist eigentlich eine Erweiterung der Amphronesis. Die Sprache ist eine logische Folge, wenn ich weiß, was andere wissen und nicht wissen. Dass ich dann sprachlich auch versuche, darauf hinzuweisen. Wenn ich in zwei Bezugssystemen denken kann, meinem eigenen und den anderen, dann ist es ein kleiner Schritt auch zwischen individuellem Wohl und Gemeinwohl zu unterscheiden. Und wahrscheinlich gibt es in allen Kulturen Überlegungen im Sinne der goldenen Regel. Niemandem was zu leide zu tun, was man selbst nicht will, dass einem zu leide getan wird. Höchstwahrscheinlich gibt es dazu Schriftdokumente in allen Schriftkulturen. Wichtig jetzt, um jetzt noch einmal die Stufen Revue passieren zu lassen, ist mir, dass diese rot hervorgehobenen, kursiven Begriffe, diese Bereitschaften müssen in der Kindheit als Empfänger und Sender jahrelang geübt werden. Es geht um die Feinabstimmung. Das ist so wichtig, dass die Kinder Liebe empfinden, geliebt zu werden, dass sie auch üben, versöhnen, trösten, entschuldigen, verzeihen. Und natürlich auch dann, wenn sie das entsprechende Alter haben, auch dann goldene Regeln quasi sinngemäß reflektieren. Kinder, die dieses Alimentative, also überlebensnotwendige Erfahrungen nicht sammeln konnten, sind massiv benachteiligt und können teilweise auch zu Recht als Bindungstraumen bezeichnet werden. Wenn man Häftlinge von demokratischen, pluralistischen Staaten anschaut, bei Diktaturen ist es nicht so eindeutig, dann hatten nur 5 Prozent der Häftlinge einer Strafanstalt als Kleinkind eine feste und dauerhafte Bezugsperson. 50 Prozent hatten bis zum 14. Lebensjahr durch mehrfache traumatisierende Verluste mehr als fünf Bezugspersonen. Spannend, ich weiß keine Antwort darauf, will es aber einfach so im Raum stehen lassen. Es gibt ja Mädchen und Buben, die eine katastrophale Kindheit haben. Aber warum sind 90 Prozent der Häftlinge männlich? Ich will das weiter jetzt nicht mehr ausführen, aber noch ein Beispiel bringen. Der amerikanische Jugendpsychiater Perry hat das berühmte Buch geschrieben, Das Kind, das wie ein Hund behandelt wurde. Und in dem Buch beschreibt er einen Buben, den er begutachtet hat. Der hat 14-jährig in alkoholisiertem Zustand zwei zwölfjährige Mädchen angepackert. Die Mädchen haben abgelehnt. Daraufhin hat er beide ermordet. Und beim Prozess sitzt halt sein begutachtender Psychiater neben ihm. Und er stellt fest, dass die Angehörigen der Mädchen, die zuhören, weinen. Und er fragt den Psychiater, wieso weinen die? Ich bin doch der, der ins Gefängnis kommt. Der hat nie im Leben eine verlässliche, liebevolle Zuwendung erfahren. Deshalb war ihm diese Bindung völlig fremd. Mit dem nächsten Tier möchte ich noch einmal Revue passieren lassen. Nur ein bisschen ein anderer Blick auf den Zusammenhang zwischen Brutpflege und sozialen Funktionen der Brutpflege-Elemente. Wie wir als Erwachsene diese Elemente nützen. Die Bindung zwischen Mutter und Jungtier ist auch bei uns zu unserer Bindungsfähigkeit geworden. Beispiel Barbindung oder Gruppenbindung, Wärmen und Füttern des Jungen, Kuscheln und Kussfüttern wird von uns eingesetzt beim Versöhnen, Werbe- und Sexualverhalten. Vermittlung von Sicherheit, Entspannung und Beruhigung. Diese Vermittlung erlebt natürlich auch ein Jungtier. Und das wird bei uns genützt zum Versöhnen. Leistungen, die erst bei Menschenaffen auftreten, habe ich kursiv gesetzt. Sorgen, Trösten dürfte erst bei Menschenaffen vorkommen. Und ab Homo erectus auch wirklich eine fürsorgliche Haltung. Futterbetteln. In freier Wildbahn gibt es Futterbetteln nur bei Menschenaffen. Im Zoo auch von anderen Affen. Betteln, Bitten und Abgeben gibt es nur bei Menschenaffen. Ganz spannend und gibt auch sehr schöne YouTube-Videos dazu. Begrüßen nach zufälliger Entfernung und Trennung Muttertiere, die das Jungen verlieren. Und die finden dann zufällig wieder zusammen oder zufällig auch aufgrund vom Schreien, heftigen Protest der Jungen. Dann gibt es auch eine Begrüßung im Tierreich zwischen Muttertier und Jungtier. Dieses Grüßen ist die Wurzel auch für unser Grüßen. Das Verabschieden gibt es frühestens ab Homo erectus. Weil nur Homo erectus eine Vorstellung von Zeit hat. Ein Schimpanse denkt vielleicht wenige Stunden voraus, wenn er Nüsse knacken will, nimmt er, also Hunger hat, dann steht er unter Appetenz nach Nüssen, nach Futter, nimmt er Steine mit in den Urwald, wo es keine gibt, um dort Nüsse knacken zu können. Er ist aber dann nicht in der Lage, den Stein so zu lagern, dass er am nächsten Tag oder Wochen, Monate, Jahre später wiederfindet. Deshalb gibt es auch das Verabschieden. Schimpansen gehen wieder auseinander und begrüßen sich beim Wiedersehen. Pflege der Jungtiere, zum Beispiel Lausen, Orales Reinigen. Das Lausen wird in Bezug auf erwachsene Menschen nicht gerne verwendet. Das klingt sehr diffamierend. Ich verwende dann gerne das englische Wort Groomen. Und wir wissen alle, es gibt auch orale Zuwendungen beim Sexualverhalten. Ganz spannend sind die Regionen der intensiven Körperpflege. Wenn Sie im Zoo auf den Mütter zuschauen, die die Jungen pflegen, dann ist der Fokus auf Vorder- und Hinterende. Das dazwischen ist nicht so wichtig. Und sehr interessant, dass aus diesen intensiven Pflegezonen Mund, äußere Öffnung des Gehörgangs und Anogenitalregion erogene Zonen geworden sind bei Homo sapiens. Uns unterscheiden nur eineinhalb Prozent der Gene vom Schimbansen. Und wie ist es möglich, dass nur eineinhalb Prozent der Gene so wahnsinnig viel ausmachen, wie sich unsere menschliche Zivilisation und Kultur eben gekennzeichnet ist. Und davon will ich jetzt eine Ahnung geben, wie diese zwei großartigen Entwicklungen so euch eine kolossale Folgeentwicklung ermöglicht haben. Wortsprache. Einfach der Druck, wenn ich was weiß, dort ist eine Giftschlange und mein Kind oder meine Frau oder irgendein, mein Bruder weiß es nicht, dann zeige ich drauf und spreche auch und ermöglicht dann auch uns die objektunabhängige Tradition. Bis zum Menschen offen brauche ich das Objekt, das ich zeige, was man mit dem machen kann. Und dann haben wir diese Wortmöglichkeit. Dann die Unterscheidung zwischen Individual und Gruppenwohl, habe ich schon erwähnt. Das Lehren im Sinne von Teaching, das gibt es wahrscheinlich nur bei Homo sapiens. Es gibt schon Futter-Traditionen, wo das Junge der Mutter das Futter wegnimmt, um es kennenzulernen, aber das würde ich nicht als Lehren bezeichnen. Die Anerkennungshierarchie ist ein sehr wichtiger Punkt. Bei Schimpansen gibt es die Geltungs- und Machthierarchie. Ein karriereorientierter Schimpanse prügelt sich hoch, indem er Angst und Schrecken erzeugt. Und durch Angst und Schrecken seine Hierarchie stabilisiert. Die Anerkennungshierarchie beim Menschen erfolgt durch die Anerkennung von besonderen Kompetenzen. Die Anerkennungshierarchie ist fragil, weil die Anerkennung natürlich von den Freunden, Mitarbeitern und Untergebenen wieder entzogen werden kann. Dieses Streben nach Anerkennung, auch unabhängig von der Hierarchie, erzeugt natürlich einen Druck in Richtung sozialer Attraktivität. Wir sind auch wirklich die weitaus kooperativsten, sozialsten Primaten. Dank Emphronesis haben wir Scham entwickelt, dank Zeithorizont auch Schuld. Ohne Zeithorizont hätten Scham und Schuld wahrscheinlich wenig Funktion, wenig Sinn und Zweck. Es könnte sein, dass unsere Zweibeinigkeit, das ist übrigens der einzige Punkt, der mehrmals in der Evolution entstanden ist, hier alle anderen Punkte sind Sonderstellungen des Menschen, die Evolution der Zweibeinigkeit könnte mit dem gewachsenen Zeithorizont zusammenhängen, nämlich Güter für morgen und übermorgen zu tragen. Feuer, dazu muss ich einen Zeithorizont haben, weil sonst kann ich nicht Brennholz für mehrere Tage beschaffen und das Feuer am Brennen halten. Feuer anreiben ist mühsam, ist möglich, aber ich weiß nicht, ob das Feuer anreiben Homo erectus schon erfunden hat. Auch das Respektieren von Besitz bei Abwesenheit des Besitzers ist natürlich eine Folge des Zeithorizonts. Ein spektakulärer Punkt am Schluss, beherrschende Schließmuskels. Wir sind die einzigen stubenreinen Affen. Aber das ist kein guter Schluss. Ich komme noch einmal zurück zu dieser Selbstbezeichnung Homo sapiens. Dieser Homo sapiens steht ja im starken Bezug mit Reflexion, ein Fronnes ist Zeithorizont und Wortsprache. So wie wir die Welt zugrunde richten, verdienen wir keinesfalls das Prädikat Krone der Schöpfung und das Sapiens nur mit Vorbehalt, nämlich zwei Vorbehalten. Erst wenn die Anerkennungshierarchie zum weltweiten politischen Programm geworden ist, weil ich kompromisslos im Sinne von Karl Popper fordere, dass Regierungen abwählbar sein müssen. Punkt. Gibt es keine Diskussion. Der zweite Punkt, Sapiens sind wir nur dann, wenn wir die ökologischen, die vielen, vielen ökologischen Probleme, die wir haben, wenn es uns dann noch in 100, 300, 500 Jahren gibt, dann glaube ich, kann man Sapiens zu Recht uns attribuieren. Das letzte Wort sei Darwin belassen, weil er hat viel Kognitives schon vorweggenommen, das war aber nicht so folientauglich, aber der Zusammenhang zwischen Brotpflege und Sozialverhalten, das ist eine Entdeckung von Darwin und damit möchte ich schließen. Das Gefühl des Vergnügens an Gesellschaft ist wahrscheinlich eine Erweiterung der älterlichen oder kindlichen Zuneigungen, da der soziale Instinkt dadurch im Jungen entwickelt worden zu sein scheint, dass es lange bei seinen Eltern blieb. Und diese Erweiterung dürfte zum Teil der Gewohnheit, hauptsächlich aber der natürlichen Zuchtwahl zuzuschreiben sein. Und er hat wirklich recht, beides stimmt, nämlich die Lebensgeschichte ist so wichtig. Ich brauche, um diese Dinge entfalten zu können, die ich genannt habe, dieses alimentativen Inputs. Also er hat wirklich in diesen zwei Sätzen alles richtig zusammengefasst. Und Darwin wird bis heute unterschätzt. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.